Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duelings. Heute geht es um eine Premiere. S-Force, die S-Kraft, ist zum ersten Mal heute am Start und wenn ihr das mögt, Daumen nach oben nicht vergessen. Was nett ist, die Kommentare schreiben, vor allen Dingen irgendein Deck, was ihr gerne in Zukunft sehen wollen würdet. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal irgendwelche Karten bestellt, macht das doch gerne über meinen aktuellen Sponsor, GateToTheGames. Link in der Beschreibung, Code Regi benutzen, 5% sparen bei sämtlichen Sammelkartenartikeln, Merch, Zubehör, whatever. Außer Bücher, glaube ich, aber brauchen wir als Nerds eh nicht, beziehungsweise TCG-Nerds, wir wollen Karten. So, vielen Dank dafür. Also heute geht es um S-Force, eine Premiere, wie gesagt, weil S-Force habe ich bisher noch nie vorgestellt, weil mir immer so ein bisschen die Karten dafür gefehlt haben und ich nicht wirklich dachte bei Release, dass dieses Deck mal jemals gut sein könnte. Es ist ein solides Deck und heute gucken wir uns an, warum. Wir haben Rapper oder Rapper, ich glaube er ist, das heißt Rapper, Chiyomaru, bitte nicht verwechseln mit Little Knight. Ich habe mir sagen lassen, das ist dieselbe Karte auf dem Artwork. Huh, spicy. Und das ist unsere wichtigste Karte, weil es letzten Endes unser Starter ist. Denn S-Force-Karten, beziehungsweise das S-Force-Deck ist immer so ein bisschen komplizierter, was die Kombinationen angeht, weil man hier auch wieder so ein bisschen mit Spalten arbeitet. Spalten-Decks sind immer ein bisschen tricky, sowohl dagegen zu spielen, als auch die ganzen Karten selber zu spielen. Wir können jedes, also generell haben die die Effekte, dass jedes Monster in derselben Spalte wie eins unserer S-Kraft-Monster unter diverse Vorkehrungen fällt oder unter diverse Statusveränderungen, sag ich mal, um es mal in Pokémon-Sprache auszudrücken. In dem Fall können nur S-Kraft-Monster dieselben Monster in derselben Spalte auswählen, wie sie selber liegen, die Gegnerischen, als Angriffsziel. Das ist so wie bei Chiyomaru beispielsweise der Fall. Und Chiyomaru kann als Schnelleffekt eine andere S-Kraft-Karte von unserer Hand verbannen, sich zurück auf die Hand bouncen und dann ein S-Force-Monster von unserem Deck auf das Spielfeld zu Spezialbeschwören. Und das ist ganz praktisch, weil man das halt auch in der gegnerischen Runde machen kann. Oder halt auch, wenn man First geht, als Setup. In der Regel wollen wir Gravitino rausholen. Gravitino sorgt dafür, dass alle Karten, die in derselben Spalte wie ein S-Force-Monster liegen, verbannt werden, anstatt in den Friedhof zu gehen, wenn sie das Spielfeld verlassen, was ganz gut ist gegen Link-Decks tatsächlich, die dann halt über Scrave arbeiten. Und falls diese Karte als normaler Spezialbeschwörung beschwören wird, können wir unserer Hand eine S-Kraft-Karte von unserem Deck hinzufügen. Also auch hier wieder eine Möglichkeit, teilweise ein bisschen zu kombinieren oder halt auch beispielsweise in unsere mächtigen Zauber- und Fallenkarten zu gehen. Wir haben S-Kraft Lapswell. S-Kraft Lapswell holt uns als Spezialbeschwörung eine S-Kraft-Monster-Karte von unserem Friedhof, wenn der Spezialbeschworen wird. Und wir können eine S-Kraft-Karte von unserer Hand verbannen, um alle Monster in derselben Spalte wie unsere S-Kraft-Monster zu zerstören. Was auch wieder ein ganz guter Effekt ist, vor allen Dingen Going Second oder wenn man sein Setup hat. Wir haben S-Kraft Platina. S-Kraft Platina sorgt dafür, dass alle Monster in derselben Spalte wie ein S-Kraft-Monster 600 Attack verlieren. Und wenn sie Spezial oder normal beschworen wird, können wir eins unserer verbanden S-Kraft-Monster wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Auch wieder hier eine kleine Synergie tatsächlich mit den ganzen Verbannungseffekten. Wir haben den S-Kraft Klingenschwinger, der wenn er Spezialbeschworen wird, ein anderes S-Kraft-Monster von unserer Hand Spezialbeschwört. Und wir haben Retroaktiv, der für eine Link-Beschwörung für ein S-Kraft-Monster von der Hand verwendet werden kann. Ja, auch nochmal ganz praktisch. Und als Schnelleffekt während der Mainphase können wir diese Karte auf die Hand zurückgeben, um ein S-Kraft-Monster der Stufe 2 oder höher als Spezialbeschwörung von unserer Hand zu beschwören. Also hier sehen wir die Synergie mit Chiyomaru beispielsweise. Und Chiyomaru ist wie gesagt unser wichtigstes Monster, deswegen spielen wir Verstärkung für die Armee, um Chiyomaru rauszusuchen. Wir haben zweimal Brückenkopf, das ist die Fieldspell, die ich nicht dreimal habe, was ein bisschen schade ist. Wahrscheinlich muss ich hier nochmal ein Dream-Ticket nutzen. Aber wenn die Karte aktiviert wird, können wir uns ein S-Kraft-Monster von unserem Deck, unsere Hand hinzufügen. Und wir haben noch zusätzliche Upside-Effekte, wie dass ein Monster unseres Gegners nur ein S-Kraft-Monster in derselben Spalte angreifen kann, beziehungsweise durch Chiyomaru ist das ja der Fall. Und wenn er dann zum Beispiel das Monster angreift, können wir diesen Effekt aktivieren und das Monster wird in diesem Fall nicht durch Kampf zerstört beispielsweise. Ja, soviel zu der Möglichkeit. Wir spielen zweimal Treue bekräftigen, um Chiyomaru aus dem Deck zu holen, was ganz nice ist. Wir haben S-Kraft-Machtprobe, auch wieder suchbar als Setup-Karte. Wir beschwören einen S-Kraft-Monster von unserer Hand oder wir fügen einen S-Kraft-Monster von unserem Friedhof unserer Hand hinzu. Und jetzt Leute, passt auf, die beste Karte überhaupt im Deck, wie ich finde, S-Kraft-Verfolgung. Ja, wir wählen offene Karten, die unser Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl S-Kraft-Monster auf dem Spielfeld mit verschiedenen Namen. Und wir bouncen die Karten zurück. Bounce ist immer ziemlich, ziemlich gut, vor allen Dingen im Extra-Deck-Format. Und falls eine oder mehr Karten von unserer Hand verbannt werden würden, um den Effekt eines S-Kraft-Monsters zu nutzen, können wir sogar diese Karte stattdessen vom Frito verbannen. Also zwei in eins mit die beste Karte in dem Deck eigentlich. Eine Karte, die ich bisher noch nie gesehen habe, ist S-Kraft-Exemplar. Diese Liste spielt sie aber tatsächlich im Main-Deck. Falls ein Monster des Gegners einen Angriff deklariert, können wir eins unserer S-Kraft-Monster wählen, das verbannt ist oder sich in unserem Frito befindet und das Monster in eine selbe Spalte beschwören, wie ein gegnerisches Monster, was auf dem Feld liegt. Dann hat er noch einen Grave-Effekt, dass wir, wie gesagt, die Zone von der Karte wechseln können. Wir haben auch nochmal ein großes Link-Boss-Monster, das ist Justify. Justify ist relativ schwer zu beschwören, aber wenn man es schafft, ist diese Karte in der Regel ein Match-Winner. Wir können nämlich, oder Monster können nicht in Zonen, die diese Karte zeigt, beschworen werden, also der Gegner in dem Fall, der kann dann im besten Fall zwei Zonen nicht benutzen. Und als Schnelleffekt können wir ein offenes Monster wählen, was unser Gegner kontrolliert. Wir annullieren bis zum Ende des Spielzugs seine Effekte. Effekten der Gate immer gut. Und es wird noch besser, wir können, wenn diese Karte angreift, alle Karten, auf die diese Karte zeigt, am Beginn der Damage-Step verbannen. Und das ist auch wieder ein ganz netter Effekt. Yo. Also, S-Kraft insgesamt ein nettes Deck. Wir spielen Verstand der Planer. Weiß gar nicht, warum Verstand der Planer in dem Fall so gut ist. Ich würde behaupten, dass Verstand der Planer hier so praktisch ist, weil du über Gravitino dafür sorgst, dass Karten verbannt werden. Und damit der Gegner nicht mit den verbannten Karten noch weiter arbeiten kann, werden sie halt komplett aus dem Spiel gekickt. Ja. Und, äh, ja. Bin gespannt, wie es sein wird. Ja. Ich hab noch nie S-Kraft gespielt. Das wird jetzt ein One-Timer. Ich hab nur gegen S-Kraft gespielt. Gegen das Deck. Aber selber gespielt hab ich's noch nicht. Deswegen mal gucken, äh, was man hier so Schönes sehen wird. So. Magi Dolce. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und er hat tatsächlich die Magi-Lehne. Ha, ha, ha. Ja, äh, Madolce kriegt ein bisschen Support. Und zwar über die neue Link-Karte. Ich weiß gar nicht, ob die neue Link-Karte bereits im Game drin ist. Ich muss einmal kurz Recherche betreiben. Mh, Leaks February. War nicht richtig, oder? Nee. Aber es ist auch eine Ankündigung. Also Magi Dolce bekommt da eigentlich eine neue Karte. Kann mal kurz Recherche betreiben. Madolce. Hier. Madolce Fresh Sister Art. Gibt's beim Card Trader. Wenn diese Karte, äh, auf eine Madolche Monster-Karte zeigt. Madolche, Sweat Straps, you cannot... Wait, what? Das war's? Wer ist da nicht? Schnell der Fakt, wenn es eine Karte wird, wenn es einmal unter einem Mal geht, wenn es nicht mehr wäre, wenn es nicht mehr wäre, wenn es nicht mehr von einem Monster-Karten unberührt, falls einer mal wieder auf den Friedhof gelegt wird, sondern nicht diese Karte... Aha. Äh... Okay. Weiß jetzt nicht so recht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. War jetzt ein bisschen weniger als gedacht. Egal. So, wir aktivieren Verstärkung für die Armee. Wir gönnen uns Chiyomaru in dem Fall. So, Chiyomaru ist am Start. Dann haben wir unsere S-Kraft Brückenkopf, die wir in dem Fall ebenfalls aktivieren. Und... Jetzt ist die Frage, was werden wir uns hier gönnen? Was orientiert sich denn hier? Ich bin, wie gesagt, nicht der Geübteste. Mit dem Deck. Aber nichtsdestotrotz versuche ich hier natürlich mein Bestes. Dann können wir Chiyomaru regulär beschwören. Hm, Brutus Bundes. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gegen die Karte definitiv nicht tun würde. Wir können jetzt nämlich Chiyomaru nutzen. Ich überlege gerade, was wir weghauen wollen. Lapswell. Ich kann ja Lapswell dann über Platina theoretisch wiederholen. Von der Hand bringt er mir eh nicht so viel. Wir müssen ja nicht spezial beschwören. Das heißt, wir können Lapswell hier eigentlich auf jeden Fall verbannen. Der Gegner hat noch seinen Schnelleffekt von, äh, Briluf. Zwei Karten von Frito und die Decks mischen. Okay. Äh, wir beschwören Gravitino in dem Fall. So, Gravitino darf seinen Effekt nutzen. Hm. Und, was lohnt sich denn hier? Ich kann mit ihr halt noch Platina holen, also mit Klingenschwinger. Aber Platina hat dann keinen Effekt, der live ist. Das ist halt ein bisschen doof. Ich könnte aber Machtprobe gönnen. Ja, ich könnte mir Machtprobe für Lapswell könnte ich mir gönnen. Das würde wiederum funktionieren, ne? Dann kann ich über Machtprobe Platina beschwören. Platina holt dann Lapswell aus Feld und dann könnte ich den Lapswell-Effekt nutzen. Ja, die kann jetzt ihren Effekt nutzen. Platina für Lapswell. Auch wenn er jetzt seinen Effekt nicht live hat, aber das ist ja in dem Fall egal. Wir droppen ihn in den Angriffsmodus. Und ich könnte jetzt Karten weglinken, was wir nicht machen. Erstmal aktivieren wir den Effekt von Lapswell. Schmeißen Chiomaru ab, weil wir können Chiomaru theoretisch mit treu bekräftigen eh wiederholen. So, Briluf aktiviert ihren Effekt. Das heißt, sie ist jetzt von dem Zerstörungseffekt nicht betroffen. Aber das ist okay. So, Briluf kann ihren Effekt nutzen. Mischt jetzt also glaube ich, wait, wie war das? Kann zwei Karten von mir wieder zurück mischen, beziehungsweise auch von ihm. So, aber da passiert ja nichts. So, Verstand der Planer lohnt sich jetzt hier an sich auch nicht wirklich. Aber ich könnte auf Justify gehen, um zumindest die Karte zu zerstören. Und ich hätte dann dadurch auch den Negate. Wir hätten Treue bekräftigen für die kommende Runde, aber wir hätten halt keinen Bounce, weil ich komme jetzt nicht über Briluf rüber, was ein bisschen doof ist. Aber ich bin ehrlich mit euch, wir gehen auf Justify. Ich finde, Justify ist hier einfach zu gut, um ihn nicht zu beschwören. Ja, der ist zu gut, um ihn nicht zu beschwören, Justify. Und dann können wir nämlich hier einmal drüber latschen. Wenn den Effekt nicht, wir zerstören einfach die Karte. Und eigentlich ist das für Exil 6 eine ziemlich schwierige Position, denn er kann in diese Zone keine Monster beschwören. Der Gegner kann lediglich hier jetzt Monster beschwören. Okay, er spielt selber Verstand, der Planer, ist ja lustig. Okay, ja, mein Freund, Problem ist, das wird der wahrscheinlich gleich sehen, du kannst Monster nicht in Zone beschwören setzen, auf die diese Karte zeigt. Ja, er zeigt halt hierhin und er zeigt hierhin. Das heißt, er hat nur eine Zone, mit der er arbeiten kann und für einen Exil wait, what? Wait, what? Du kannst einem Monster in der Friedhof Ferien verbannen hast, weil sie nicht so schön an Magie Deutsche Monster. Ich, äh, trau dem Braten nicht. Warum funktioniert das? Oder geht das nur für einen selber? Du kannst wait, 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 das Monster in eine andere Zone bewegen? Boah. Nicht, dass das wichtig ist. Ach, wait, das ist dann einfach Set, ach, lol. Nee, da steht, du kannst Monster nicht in Zone beschwören, auf die diese Karte zeigt. Aber das gilt ja in dem Fall dann nicht für meinen Gegner. Egal, so, Chiyomaru können wir jetzt durch Treue bekräftigen droppen. Let's go, Chiyomaru, Gegner hat keine Lust mehr, GG, one thing. Und ich glaube, hier hat man wunderbar gesehen, was dieses Deck so kann, auch wenn das Setup vom Gegner jetzt irgendwie nicht so nice war, weil normalerweise hat er noch die Karte, die andere Exit-Karte, die dann dafür sorgt, dass er auch noch Interruption hat in meiner Runde, aber naja, er ist halt total gut in die Falle getappt. Wenn der Gegner Buch des Mondes hier aufspart, für den richtigen Moment, könnte das tough sein. Aber das ist halt ein Vorteil, wenn man ein Deck spielt, was jetzt halt nicht so bekannt ist, wie S-Force jetzt in dem Kraft, ich hab ja dieses Deck gespielt, und der Gegner wusste halt nicht, was da abgeht. Also. Masu! Bei einem Sieg steig ich den Rang auf. Tierzeitige Sieg Serie 4? What? Okay. Gefängnis der Eisdrachen, S-Kraft Brückenkorb und Treue bekräftigen gegen ein Kampf Chronik Deck. Prinzipiell würde ich sagen nice. Prinzipiell. Nur in dem Fall bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube es ist eine Blue-Eis-Variante. Ja, selbstverständlich ist es eine Blue-Eis-Variante. Es ist immer eine Blue-Eis-Variante. Ja. So, er schmeißt den ultimativen Drachen ab. Den kann ich lustigerweise mit Gefängnis der Eisdrachen sogar auch holen, meine ich. Linkt einmal in Imduk. Settet die ultimative Fusion plus zwei weitere Karten. Alles klar, Chef. Alles klar, Chef. Oh, und der ultimative Top-Deck S-Kraft Rapper Chiyomaru. Geil. Alles klar. Wir aktivieren unseren S-Kraft Brückenknopf beziehungsweise wir versuchen unseren Brückenknopf zu aktivieren. Sehr nice. Und ich würde an der Stelle sagen Gravitino Lapswell Platina Was rentiert sich denn hier am besten? Wir können ja unsere S-Force Chain aufbauen, ne? Von einen an den anderen. Der fügt nur eine Karte meiner Hand hinzu. Ich würde sagen, wir hauen den Lapswell raus, über Chiyomaru in dem Fall. Wir haben zweimal Gefängnis der Eisdrachen. Und ich würde sagen, wir müssen hier eigentlich nicht sonderlich viel machen. Erstmal. Wir können einfach hier den passiven Part übernehmen. Ja, wir übernehmen hier einfach den passiven Part. Wenn jetzt Nachfolgerseele kommt, können wir um Nachfolgerseele mit Chiyomaru rumspielen. Wir müssen da jetzt wirklich nicht sonderlich viel machen. was kann denn jetzt hier worst case passieren? Hier kann gar nicht so super viel passieren. Ein Gegner kann halt ein großes Monster beschwören, aber das können wir halt einfach ausstoren. Wir haben auch noch mal Treue bekräftigen für End of Turn in der kommenden Runde. Wir sind hier eigentlich ziemlich gut dabei. Okay. Auf meine Treue bekräftigen. Alles klar. Die nutzen wir dann natürlich in dem Fall. Treue bekräftigen wird hier auf jeden Fall genutzt. Ich würde retroaktiv aus Feld holen. Ja. Ja, das ist ganz nice. Das ist ganz nice. Retroaktiv in dem Fall passt. So, Nachfolgerseele. Wen willst du aus? Chio Maru. Dann aktivieren wir den Effekt von Chio Maru. Wir verbahren Labswell. Imdug ist ein Drache. Imdug ist auch ein Drache. Sehr geil. Holen also Gravitino aus Feld. Einmal dann triggert Gravitinos Effekt und Fallgrube des Albtraums. Zerstöre die Karte. Okay, kein Problem. Chumaro ist leider once per turn und Gravitino ist dadurch gone. Da liegt die ultimative Fusion. Okay, wait, wait, Leute. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Nachfolgerseele. Ist das ein Nachfolgerseele? mehrmals benutzt werden. Das lasse ich mir nicht nehmen, wie gesagt. Das akzeptiere ich nicht. Okay. Okay, 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 passt auf, passt auf, passt auf. Wir sind Gucci hier. Wir sind super, super Gucci. Wenn ein Monster ist ein Angriff auf dein S-Kraftmonster in seiner Spalte deklariert, dann ist leider nicht die Spalte, wo der Drachegeist liegt. Das gefällt mir nicht. Also IDP muss hier Carrying. IDP muss hier Carrying. Das ist wahrscheinlich, okay, das ist gut. Die beiden Nachfolgerseelen sind verbannt. Und Gegner geht in die Battle Phase. In die Battle Phase bedeutet in dem Fall, Gefängnis der Eisdrachen aktivieren, den regulären Blue Eis beschwören und beide Karten verbanen. Boom! Das ist der Vorteil, wenn man weiß, wie diverse Decks funktionieren. Oh, noch ein Brückenkopf. Okay. Wir haben Verstand der Planer. Wir haben Retroaktiv. Pass auf. Dann aktivieren wir einmal den Effekt von Retroaktiv. Wir bauen ihn zurück für Chiyomaru. Chiyomaru des. Ich könnte auch nochmal den Brückenkopf aktivieren. Dann die Frage, ob das relevant ist. Ich habe noch IDP. Warum denn nicht? Wir aktivieren nochmal den Brückenkopf, sodass wir den Search bekommen. Chiyomaru ich könnte den Klingenschwinger auch nochmal beschwören. Nicht, dass das relevant ist. Spielen wir das Control Game? Das Control Grind Game? Könnten wir. Könnten wir wirklich. Aber ich glaube in dem Fall brauchen wir es nicht unbedingt. ist denn beim Gegner noch aktivierbar ist die Frage. Äußerst gute Frage. Maßregelung. Alright. Okay. Dadurch kann ich Chiyomaru jetzt nicht bouncen. Was aber okay ist I guess. Sollte in Ordnung sein. Ja, ich hätte das Control Game spielen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so aggressiv gespielt habe. Ich hätte einfach regulär mit Chiyomaru den Klingenschwinger hätte ich mir auch nicht suchen müssen. Ich hätte hier einfach ganz normal das Control Game spielen sollen. Ärgert mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. ärgert mich so ein bisschen. Ein bisschen ärgert mich das schon. So Nachfolgerseele. Das ist die Wombo Combo. Das ist die Wombo Combo. Regulär Blue Eyes. Gut. Pass. Das war nix. Das war nix, Leute. Das war nix. Ich hätte einfach warten sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Wir sind halt immer noch gut dabei, aber das war nix. Da hätte ich einfach warten sollen. Wäre viel viel besser gewesen. Weil jetzt habe ich wieder das Problem ultimative Fusion. Das ist jetzt genau die Problematik, vor der ich stehe. Okay. Im Duke Effekt. Wir verbanden wieder die beiden Blue Eyes. Aber das wäre halt überhaupt nicht nötig gewesen. Oh wait. Wait a minute. Okay, GG. Ne, ich bin selbst schuld. Ich bin hier selbst schuld. Ich bin hier absolut selber schuld. Das habe ich gemisplayed, wie es im Buche steht. Weil es ist ein Control Deck, dieses Blue Eyes Deck, das kann halt auch, wie man hier wunderbar gesehen hat, eine Menge machen. Das war von mir einfach nicht gut gespielt. Chiyomaru behalten. Chiyomaru als Schnelleffekt ist halt immer Key, um solche Karten wie die Karten vom Gegner drumherum zu spielen. Dann hätten wir dieses Problem eigentlich erst gehabt. Selbst Schuld. Satz mit X. Das war überhaupt nix. Okay. Akaza. Merken wir uns. Ja, ich habe jetzt meine Lehre daraus gezogen und Gutes. Chiyomaru Gravitino und können uns den Brückenkopf suchen. Brückenkopf, wobei ich hätte mir auch die Trap suchen können. Ich hätte mir auch die Trap suchen können, vielleicht sogar müssen. Egal. Egal, egal. Ich habe retroaktiv abgeschlissen. Uh, Orkust dritte Rückkehr. Orkust. Aha. Da ist es umso besser, dass wir das Gefängnis der Eistrachen haben. Ach, du liebe Güte. Imagine, wir hätten diese Karte nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr problematisch gewesen. Eigentlich ist es kein Esskraft Showcase gerade. Das ist ein Gefängnis der Eistrachen Showcase. Aber auch hier hat mein Gegner gerade einen Fehler gemacht, weil ja, auch das hat mein Gegner hier nicht gut gespielt. Du liebe Güte. Du liebe Güte, so viele Missplays teilweise, ne? Das sind super viele Missplays. Ja, bringt nicht so viel. Denn eigentlich, oh, Handtrap, Kite Roid, okay. Eigentlich gewinnt Gravitino das fast schon im Alleingang, wenn ich ehrlich bin. Weil Karten, die von derselben Zone wie eines unserer Esskraft Monster in den Grave gehen. Wir können dafür sorgen, dass alle Zonen gleich besetzt sind, in derselben Spalte, Verzeihung, kann er unserer Gegner halt seine Linkplays nicht machen. Ja. Kann er halt in dem Fall nicht machen. Cool. Äh, Brückenkopf. Pass auf, weil ich zeige euch jetzt genau, was passieren wird. Gegner greift hier an und die Karte wird verbannt. Es tut mir leid, lieber Gegner, aber so funktioniert es nicht. so funktioniert das nicht. Also zumindest nicht mit mir. Ja. Jetzt können wir auf Platina gehen. Geil. Geil, geil, geil. Ja. Ich meine, wenn es IDP nicht gewesen wäre, hätte mein Gegner früher oder später jetzt sowieso realisiert, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Ist halt so. Ja, du musst halt wirklich bei Gravitino aufpassen, wo du deine Monster hinlegst. Karten lesen ist, ich weiß, gerade in Duel Links noch ein größeres Problem als ein Master Duel tatsächlich, weil in Master Duel, da spielen ja eben die Leute, die sich drauf einlassen wollen. Und hier in dem Fall, das war wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass die Gegner nicht gerne lesen. Also nicht alle, aber viele Gegner. Anyways, weiter geht's. Going second dieses Mal. Danke für den Rank Up. Die paar Gems nehme ich gerne. Die paar Gems nehme ich mit Kusshand. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, komm. Ein letztes Game, beziehungsweise der Versuch eines letzten Games. Ich würde gerne noch mal wissen, was wir hier machen können. Falls ihr die Viel Spell dreimal habt, könnt ihr eine Treue bekräftigen cutten für die Viel Spell. Treue bekräftigen ist ja in dem Fall tatsächlich nur Ersatz bei mir. Zumindest die zweite Kopie. Und yo, wir fangen an. Auf geht's. Gegen Blue Ice? Kampfchronik. Ja, Blue Ice. Das ist nur ein Bait. Das ist nicht Blue Ice. Das ist sowas von nicht Blue Ice. Kannst mir jetzt sehen, was du willst. Verstärkung für die Armee. Wir suchen uns Chiyomaru raus. Haben dann noch unsere S-Kraft Brückenkopf. Was wir ebenfalls nochmal nutzen. Und wir holen uns Wir können Gravitino holen. Gravitino verbannen. Über Chiyomaru. Dann holen wir uns Platina. Ja, 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 das ist gut. Wir können das jetzt einfach wie folgt machen, weil jetzt haben wir alle Combo Pieces ist da. Wir holen uns Chiyomaru. Wir aktivieren den Effekt. Wir verbannen Gravitino. Du wirst zurück gebounced. Dann kommt Platina aus. Platina Effekt für Gravitino in dem Fall. So, Effekt Gravitino. Jetzt kann er mir nochmal die Fallenkarte suchen. S-Kraft Verfolgung. Ja, und jetzt stehen wir da. Und jetzt stehen wir da. Eventuell hätte ich Platina noch hier entlegen sollen, weil wir dann die beiden Linkzonen beide abgedeckt haben. So kann der Gegner theoretisch noch ablinken, aber passt schon. So, Bingo Machine. Okay, Setup. Kleine Combo Chain. So, Bingo Machine. Es ist Blue Ice. Er hat nur die Dark Magician Hüllen, weil er den Big Brain Move machen will. Wer spielt Dark Magician, wenn man Blue Ice spielen kann? Jetzt mal Hand aus Herz. Wer spielt Dark Magician, wenn man Blue Ice spielen kann? Nice bait. Hat nur nicht bei mir funktioniert, Mr. Lightning God. Er hat natürlich den Drachegeist es weißen. Alright, no problem. Das heißt, wir müssen unsere S-Kraft Verfolgung direkt aktivieren. Problem ist, er hat wahrscheinlich den Blue Ice in der Hand. Ja, ja, ja. Das ist unfortunate. Das ist sehr unfortunate. Dass er den Drachegeist hier auf der Hand hatte, ist echt doof. Das ist wirklich doof. Kampfchronik, alles klar, Chef. Nachfolgerseele und der ultimative Drache. Melody. Maßregelung, das heißt, wir sehen jetzt auch den Alternativdrachen. Okay, er hat aber keine ultimative Fusion aktuell. Zumindest noch nicht. Jetzt kommt der Alternativdrache, kann seinen Effekt nutzen den Tag. Tag. Äh. Ja, ciao Gravitino. Nachfolgerseele, seck seck. Ja, dann ist vorbei, ne? Machste nix. Digi. Da war halt der Drachegeist des Weißen zu stark. Ne, ich hab keine andere Form der Interruption gehabt. Mit einer Gefängnis der Eisdrachen gewinnen wir das eben mit Ease, aber ja, also, ist okay. Also, damit komme ich zurecht, weil er spielt drei Stück von Degen going second, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er damit startet. Halt auch nicht so unwahrscheinlich. Also, zwei Nicht-Effekten Interessante Karte, der große doppelt übersetzter Zauberer. Diese Karte kann ich direkt angreifen, weil sie ist cool. Wusste gar nicht, dass es die Karte gibt. Rollen der Sonne, vielen Dank, dass es euch gefallen hat. Ich bin sehr überzeugt von S-Force, ein sehr, sehr nice Stack. Also, wir hatten heute, also, das Duell hätten wir gewonnen, bin ich fest der Meinung, wenn ich das ruhiger angegangen wäre. Und das hier war halt einfach, ja, machst du nicht. Du kannst, man kann nicht alles gewinnen. Vielen Dank, fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen. S-Force kriegt von mir auf jeden Fall ein Good Deck Siegel. Und in dem Sinne sage ich einfach mal, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Euer Rigi.